Du kannst mich fragen, wer ich jetzt gerade bin. Darauf habe ich bestimmt eine Antwort. Aber versuch nicht, mich in zwei Wochen darauf festzunageln, dass du mich heute in diese Schublade stecken konntest, weil ich dir das angeboten habe. Ich bin Tausende. Jede Frau hat tausend Facetten. Und das ist unangenehm für das Maskulin, weil es einen gewissen Kontrollverlust bedeutet. Also, wenn er uns glücklich machen möchte, und das ist ja der große Wunsch des Maskulinen, gut genug sein, um glücklich zu machen, die Frau, das Leben, eigentlich die Mutter, das ist eine Mutterwunde. Wenn er uns glücklich machen möchte, dann muss er uns gut genug kennen, um zu wissen, was uns glücklich macht. Und wenn wir uns jeden Tag verändern, wenn wir jeden Tag andere Facetten von uns ausleben, wie soll er damit umgehen? Wenn er da reinspürt, also wenn ich da reinspüre, dann ist da dieses, meine Schultern spannen sich so an und dann werde ich so, oh mein Gott, was soll ich denn machen? Das ist anstrengend und davor möchte ich wegrennen. Und das wissen wir Frauen, dass das für Männer anstrengend ist. Und deswegen stellen wir es ab und geraten dann immer nur wieder an Männer, die das auch nicht haben wollen in uns. Weil wir wollen es ja nicht haben an uns. Unsere Männer im Außen sind immer nur ein Spiegel. Entschuldigung! Oder ist das ? oder untertitelung im coffee